Musik Ich bringe mich gerne in einem professionellen und lebendigen Umfeld ein, in dem ich selbst sehr viel mitgestalten und mitbewirken kann. Das Kinderhaus unterstützt Ihre Mitarbeitenden bei der Erreichung von ihren Zielen, bei ihren Ausbildungen und Weiterbildungen. Ich arbeite schon seit acht Jahren im Kinderhaus und schätze es sehr, dass wir so viele Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Es wird immer gefördert und auch unterstützt. Mir gefällt auch im Kinderhaus, dass wir die Erfahrungen in der Kita bei den Kleinen sammeln können, aber auch in der schulergänzenden Betreuung. Mir ist es wichtig, dass sich die Kinder und die Familien im Kinderhaus wohlfühlen, damit wir einen gemeinsamen Weg gehen können und sich alle aufgehoben fühlen. Ich arbeite im Kinderhaus Kisnacht, weil die Umgebung im und rund ums Bethlehem sehr schön und vielseitig ist. Wir können zusammen mit den Kindern die Bewohner besuchen, sowie auch Spaziergänge, Ausflüge in die Holgasse oder zu den Bauernhöfen in der Umgebung machen. Am Kinderhaus finde ich am schönsten, dass ich mit den Kindern, die ich betreue, das sind die Oberstufenkinder, die erste bis dritte Oberstufe, dass ich mit ihnen zusammen über den Tellerrand schauen kann und an frischen Sachen forschen. Das Kinderhaus ist für mich, neben meiner künstlerischen Tätigkeit, die ich sonst mache, ein Sprungbrett in eine andere, wundervolle Welt. Und für das danke ich sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017